Kalt. Naja, jetzt mach schon, du Depp. Du darfst vor. Hm? Hm? Gut. Kommt endlich. Es passiert nichts. Na los jetzt. Ja. Ja. Hilfe. Du Verwand, du war Fels, du war Pfad. Warum fühlst du, du war Elibi und ich nicht? Hey, ich hab dich was gefragt. Erste Prüfung. Magnus, das ist die erste Prüfung. Es ist der Klettersteig, der dich neidisch macht. Je länger du dich daran festklammerst, desto neidischer wirst du. Ich bin nicht neidisch. Du empfindest wohl keine wahre Liebe für Mara. Du wirst sie niemals fühlen können, die wahre Liebe. Hör auf! Magnus. Es ist nicht real. Es ist nur eine Prüfung. Du musst loslassen. Schau Daniel und mich an. Da kannst du noch viel lernen. Du musst loslassen. Schnell. Mach dich einfach lustig über mich, du Depp. Und ihn auch. Magnus, lass los und gib mir deine Hand. Magnus, vertrau mir. Alles okay? Ja. Was war das? Die erste Prüfung. Da waren's nur noch sechs. Glaubt ihr, dass alle so sind? Oh, da hat wohl jemand Angst. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Los, komm, weiter. Wir müssen ihn ja retten. Wir gehen zum Strand und nicht in die Berge. Jetzt hab ich die Flüge aufgetragen. Und die falsche Sonnenbrille ist ausgesucht. Delia? Da seid ihr ja. 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 Komm schnell hoch. Beeil dich. Mich beeilen? Probier das mal mit diesen Schuhen. Männer. Delia, los jetzt. Mara. Mara, schnell! Nina. Mara. Egal, was du jetzt siehst, das ist nicht echt. Lass los und gib mir deine Hand. Du musst mir vertrauen. Deine Hand, bitte. Mara! 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 Lass das. Mara, lass das. Geh runter. Mara! Lass mich los. Magnus, wir holen sie zurück. Genau wie Nina. Wenn wir die Wette gewinnen, dann wird alles wieder so, wie es war. Das hast du selbst gehört. Eine Wette? Wir haben Mara wegen einer blöden Wette verloren? Es ist nicht irgendeine Wette, Lucy. Ein Ritter hat Nina entführt. Und nur wenn ich es schaffe, den Vater der sieben Sünden zu Ende zu gehen, kann ich Nina retten. Tut mir leid. Das ist die blödeste Geschichte, die ich je gehört habe. Lucy, warte. Nein! Wir haben Mara verloren. Was muss denn noch alles passieren?